ein herzliches hallöchen und willkommen zur nächsten folge von drakensang am fluss der zeit liebe leute ja wir sind wieder hier in san jasala nö spaß wir sind hier weiter in adorets gehen da herum müssen diese feuerfliegen vernünftigen ja wir haben diese große feuerfliegen quest keine ahnung wie viele feuerfliegen wir jetzt schon haben das weiß ich nicht keine ahnung leute 1 2 3 4 5 wir brauchen noch 5 5 brauchen wir noch so somit werde ich jetzt hier dieses nächste feuerfliegen lässt machen diese sechste dass dieser feier ist wird er kann noch nichts machen weil die noch nicht nah genug sind hinlaufen möchte jetzt nicht wir sind kommen immer näher dieser hätte das ende dieser quest sollten vielleicht auch noch nebenbei du diese mühle finden so jetzt kommen diese fliegen ich habe noch immer nicht diese feuerpfeile rausgenommen so wo ist diese königin feuerfliegen königin da haben wir sie los geht's leute diese feuerfliegen königin sehe ganz einfach sie kann jetzt nichts machen weil sie keine ahnung warum finde sie kann da muss noch warten so nächsten stachel erhalten nummer 6 weiter geht's keine munition ich habe mir gedacht leute keine munition das heißt wir werden wir haben nur 25 pfeile leute so du wirst hier auf diese feuerfliege dein geschmeiß draufschmeißen feuerpfeile für was brauche ich jetzt noch schnell die feuerpfeile ich weiß ich wüsste jetzt überhaupt nicht für was ich die erzähle noch gebrauchen könnte ja irgendwie das sind wieder zu viele ineinander sind so lästig dieser fliegen leute ja ich sollte mit ihm machen ich sollte pfeile sparen weil sonst habe ich keine pfeile mehr leute so fertig feuerfliegen gift habe ich jetzt gar nicht mehr so aber noch immer diesen mundbrand ich kann aber kein keine ding nehmen keinen heiltrank nehmen keine kuhlmonte nimm dem einfach nicht ja feuerfliege hier kleine feuerfliege also da gibt es normale kleine und die königin ok also kleine feuerfliege wo ist die königin hin irgendwo muss die königin liegen hier haben wir die feuerfliege der nächste ja diese giftbeutel können wir verkaufen leute mit der feuerfliegen königin giftzahn heute war du wirst sie heute wenn es jetzt funktioniert fehlschlag habe ich mir gedacht so giftbeutel gut gehen wir weiter wir brauchen nur noch vier vier königinnen brauchen wir noch ja irgendwie ich weiß nicht diesen kuhlmonte kann ich einfach nicht nehmen ihr seht es ja selber aufteilen wegwerfen und info und das sollte aber gegen wundbrand sein also eigentlich paket für den müller dem das musik abliefern leute so gehen wir weiter hier haben wir eine pflanze irgendwo drüben da ist ein bleichmohn immer wieder pflanzen sammeln pflanzen looten was geht da drüben ist ja der mariaturm oder ja bleichmohn so erfolg ich hoffe wir kriegen jetzt keinen besuch von den wölfen aha was haben wir hier boah das ist düster ok autosave grauwolf grauwolf ne ähm das sollten wir uns noch fern halten oh leute haa haa ha ha ja war ja also ich glaube wir haben uns ja ich habe gewusst dass wir da in diesem dunklen wald die wölfe bekommen Zwei, vier, fünf Stück gleich, Leute. Ja, sie kann natürlich nichts machen. Ja, mach doch was, lieber Zonka von Österreich. Ja, ich bin tot. Ja, diese fünf Wölfe, das ist doch unglaublich. Ja, ich habe mich da zu weit vorge... ...schummelt. Ja, ich sollte nicht in diesen Wald gehen, Leute. Seht ihr, da sind noch immer vier Wölfe über. Ja, ich überlebe das nicht. Leute, wir sind gestorben, aber wir werden sofort irgendwie zurück marschieren. Ich hoffe nicht, dass uns die Wölfe irgendwie überraschen. Ja, ich bin tot. Ich lasse mich jetzt einfach sterben, Leute. Ist egal. Ich überlebe es eh nicht. Ja, das sind fünf Wölfe, Leute. Spiel, laden. Das geht doch nicht vor, Grif. Schnell, Spärkerstand. So kann die Geschichte nicht enden. Haha, ich wollte nur mal sehen, ob du mir noch richtig zuhörst. Also, eigentlich war das so. Ja, werden wir hier laden, den letzten Spärkerstand und sofort zurück marschieren. Ich hoffe, dass uns diese Wölfe nicht ewig verfolgen werden. Weil dann haben wir Probleme. Weil dann müssen wir alles noch einmal machen, wo wir das letzte Mal gespeichert haben. Und das war eigentlich in dieser Folge noch gar nichts. Und deshalb ist es ja, genau das ist der Grund, Leute. Wenn wahrscheinlich immer irgendwer denkt, oh, der speichert da. Und genau das ist der Grund, warum ich immer normal speichere auch. Mein Kaffee ist schon kalt. Sofort zurück. Ja, genau, passt. Also, im Moment haben wir noch keine Probleme bekommen jetzt. Gott sei Dank. Na, weg von diesem Wald. Weg von diesem Wald. Das ist wichtig. Da möchte ich jetzt noch nicht hin. Fünf Wölfe auf einmal, Leute. Das ist... Zebig-Augumme. Ja, das ist nämlich dieser Wald. Falls ihr noch erinnern könnt. Ich weiß nicht, welche Folge. Wie wir die Wölfe machen haben müssen. Für einen Magier. Für einen Brugbad. Wir werden nicht hier hin marschieren. Wir werden so marschieren. Da sind wir jetzt eigentlich durch. Da haben wir noch was zum Looten, Leute. Dann gehen wir mal weiter. Würde ich einmal sagen. Laurelin? Laurelin? Wohin sollen wir da jetzt noch gehen, Leute? Na, ich gehe einfach so. Was haben wir da? Da war auch irgendwas. War da nicht irgendwas? Ach, ne. Ah, Mombo. Ah, die sagen mir was. Wirselkraut. Wirselkraut sagen. Nehmen. Da gehen wir mal hin. Das ist ziemlich lustig, Leute. Da gehen wir mal hin. Hä? Du darfst nicht weiter gehen. Krullwum. Ja. Geh weg. Gibt hier nichts für Kleinlinge. Genau. Weg hier zu Ende. Die sind so lustig. Aber der Weg geht doch weiter hinter eurem Baum. War mir weg zu Ende. Das bestimmen immer noch ich zur Seite. Macht Platz. Nö. Hm. Tja, dann muss ich mir wohl einen anderen Weg suchen. Nichts für ihn gut. Ja. Ah, die sind nämlich hier. Weg schon weiter gehen. Aber. 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 Okay. Nur für Trolle. Hm. Sein Trollweg. Trollweg. Genau. Und du sein Kleinling. Und Kleinling. Nichts Troll. Also. Du. Woanders hingehen. War mir weg zu Ende. Tja, dann muss ich mir wohl einen anderen Weg suchen. Ja. Wenn ich nämlich jetzt das hier will. Dann kämpfe ich gegen diese ganzen. Und da habe ich keine Chance, Leute. Schätze ich mal. Also von dem her. Tja, dann muss ich mir wohl einen anderen Weg suchen. Nichts für ihn gut. Ja, okay. Also das war easy. Das ist nie wie witzig, diese Trolle. Finde ich cool. So, wir gehen hier. Da haben wir noch ein Nest. Leute. Da haben wir noch ein Nest. Das werden wir auf jeden Fall. Stürmen, dass das Nest. Ein Bäre. Die hole ich mir nachher. So. Gut. Feuerfliegen Nest. Nummer 7 wäre das. Von 10. Was? Ja, ich habe keine Pfeile mehr, Leute. Was soll ich machen, Leute? Ich sollte zurückgehen und mir irgendwie schauen, dass ich mir Pfeile hole. Ja, im Moment kann ich da nichts machen. Kommen dabei noch nicht zu mir. Na? So. Gut. Sanyasa. Ich sollte mir Pfeile holen. Keine Ahnung, von wem ich mir jetzt die Pfeile holen soll. Ich habe eh einiges an Dukaten. Königin. Die mache ich jetzt einmal platt. Weil die ist nämlich die stärkste. noch sicherlich, ne? Hat sie keine Finte? Das würde mich jetzt einmal interessieren, ob sie Finte hat. Weil da braucht sie nämlich keine Pfeile. So, nächste Stachel erhalten. Sehr gut. Sehr gut. Feuerfliegen Königin. Giftzahn. Hier haben wir wieder einen Feuerflüger. Oh, du mir war auch Feuerfliegen. Nö, jedes Mal verklicke ich mich hier. Da auch noch. So. Du wirst diese Feuerfliegen Königin einmal. Häuten. Nicht morgen. Dein Häuten. Gut. Ich muss einmal schauen. 17 Pfeile. Ich kann diesen Gulen Mountainäne hier nehmen. Gut. Egal. Ja, genau. So. Dann haben wir mal... Zack. Draufschmeißen. Ei. Ei. Dann schauen wir mal... Ah, das sind wieder einige. Warum hat er abgebrochen? Klarum Purum. Was ist Klarum Purum? Ich muss... Ich probiere es mal aus, Leute. Was ist das Klang? Immunität gegen Gift. Okay. So, fertig. Top. Immunität gegen Gift. Aber das ist ja nicht... Das haltet er fast gar nicht, Leute. Das ist Klarum Purum. Wo haben wir da noch was? Haben wir da noch was zum Looten? Nö. Gut. Wir brauchen nicht mehr viele Nester. Dann haben wir es geschafft, Leute. Auch in dieser Folge schaffen wir es noch nicht. Vielleicht auch in der nächsten Folge, Leute. Keine Ahnung. Aber hier haben wir Zunderschwamm. Können wir auch einmal bei Gelegenheit mitgehen lassen. Zunderschwamm haben wir. Erfolg. Super. Da haben wir das nächste Feuerfliegen-Nest. So. Okay. Dabei brauche ich mit ihr nicht angreifen, weil da im Moment sind keine Feuerfliegen zum Besiegen. Die kommen erst nachher. Ja. Natürlich macht es weniger Schaden, wenn ich angeschlagen bin, wenn ich vergiftet bin. Also so einen Wundbrand habe. Und den kriege ich aber im Moment nicht weg, Leute. Wir brauchen auf jeden Fall Pfeile. Das ist das gleiche Problem, habe ich auch bei den Mandraken-Sang gehabt. Dass ich immer wieder Probleme habe mit Pfeile. Aber jetzt habe ich mir das schon eingekauft gehabt. Weiche. Sanyasa. Achtung. Weiche. So. Die Königin. Wo ist die? Da haben wir die Königin. Weg mit dir, du Königinnen-Bist. Und der nächste Stachel. Ich glaube, das ist der achte Stachel, den wir haben. Ei. So. Der ist einmal erledigt. Gut. Finte auf diesen Kerl. Mich interessiert eigentlich, ob ich dieser Finte auch... Ja. Sie schießt weiter. Ja, wir sind... Ja. Leute, das war's auch mit dieser Folge. Ich würde mal vorschlagen, wir holen uns noch diese Biene hier. Diesen Feuerfliegen. Das sind sicher einige. Ineinander. Schaut zwar nicht so aus, aber ineinander sind sie. Das ist also ein Spielerfehler oder so. So. Angriff. Ja, seht ihr. Da kommen... Teilen sie sich schon auf. Boah, das sind viele. So. Finte. Finte. Du kannst jetzt im Moment nichts machen, weil du vergiftet bist. Feuerfliegengift. Das ist dort lang. Er macht derweil alle nach der Reihe fertig. Sie kann mit ihr... Oh ja, mit ihr kann ich jetzt wieder was machen. War Ia. Achtung. War Ia. Ha. 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 So. Du kämpfst. Ja. Wir sind eigentlich hier auch durch. Naja. Da brauche ich nicht viel machen. Sisch ist daneben. Ja, los. Mach doch die Finte auf denen. Und dann ist sie erledigt. Tag. Aus ist. So. Kleiner Giftbeutel. Schon wieder. Gut, Leute. Dann würde ich mal... Ja, keine Munition. Sie hat keine Munition mehr und somit haben wir Probleme. Genau das habe ich mir gedacht. Das heißt, sie hat keine Munition mehr, Leute. Keine Munition mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Feuerfliegen haben wir. Feuerfliegenkönig in den Stachel haben wir. Wir müssen jetzt demnächst einmal zurück marschieren. Und zwar werden wir das in der nächsten Folge machen. Ich werde mir einen Quicksafe machen und einen normalen Speicherpunkt. So, wir werden noch looten. Spielspeichern. Zack. Jawohl. So. Und ich bedanke mich für eure Zuschauen, liebe Leute. Hol uns dann Munition irgendwo, irgendwie, irgendwann und sage Game Over, euer Zong. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich. Ciao.